Also, weil die hier rechtssinnig sind, seht ihr hier eine Mammurierung drin, das heißt so weiße Adern drin und dunklere Adern. Oder ist das alles gleichfarbig? Das braune, was die Maden hier macht, dann lassen wir mal weg. Aber in diesem hellen Bereich, in diesem hellen Bereich, seht ihr da, ist das alles gleichfarbig oder sind das so weiße Adern und dunkle Dinge? Nee, für mich ist es gleich. Für dich ist es gleich? Und für dich? Für dich ist es auch gleich? Nee, ich sehe das gleiche. Ich sehe ein Muster. In dem hellen hier, erkennst du hier ein Muster oder ist das gleichfarbig alles? In dem hellen. Richtig.